Ja, hallo, meine Lieben, ich bin über Wien. Ich hab mir gedacht, MabacherTV teilen Sie einmal eine eigene Gondel vom Riesenrad. Und schon ist es gemacht. Okay, nicht ganz meine eigene Gondel. Ich bin hier... Wo ist das? Sieht man hier nicht? Warte mal, zeigen wir es da. Ich bin beim Rat der Vielfalt. Die Wirtschaftskammer... Die Wirtschaftskammer hat mich gebeten, eine Gondel zu bespielen. Und was mache ich? Das, was ich kann. Ich rede über Social Media und YouTube. Was ist MabacherTV? Warum gibt es das? Und warum ist es der allerbeste Kanal auf YouTube? Ja, wer das wissen will, der muss das nächste Mal hierher kommen zu der Wirtschaftskammer und bei den Dings mitfahren. Da ist ein richtig Schaukelkatzlschiff. Die sind gerade ganz oben. Da seht man jetzt eine andere Gruppe. Es ist echt, ich hab da... Ich hab da... Da sind die anderen Gondeln alle. Es ist echt irgendwie ziemlich... Scheißhoch. Und diese Gondeln... Die Gondeln schwingen ja wirklich frei. Das heißt, wenn man sich von der anderen Seite zur anderen die Gondel bewegt, ist das, wie wenn man auf Hochsee ist. Aber die Aussicht ist ziemlich geil. Und momentan fahre ich alleine. Aber es soll dann noch eine Fahrt geben mit Gästen. Es sind schon zwei Runden gewesen. Und es war sehr spaßig. Aber da drüben, wie ich sehe, sind sie auch schon einmal zu zweit. Und... Ja. Das war's soweit. Ein kurzer Krieg von unterwegs. Ähm... Habt es fein. Schöne Woche noch. Und... Ah genau. Wollte ich irgendwann mal nachmachen. Warte mal. Ich bin der Klinik der Welt!